hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fort mein name ist michael und ich spiele für euch wieder zwei runden circa sage ich jetzt mal und ja checkt mal kanal leute gamingmichael unterstrich youtube oder gamingmichael.bo oder gamingmichael müsst ihr mal gucken manche finden mich unter gamingmichael.bo manche unter unterstrich youtube ja wie gesagt checkt den kanal ab kommentiert gleich lassen da muss da lasst mir liebe da teilt meine videos supportet mich und lasst gerne kostenlos aber da wenn ihr das wünscht wenn das möchtet wenn ich euch gefallen wie ich spiele wie gesagt spiele ich der beste aber das ist auch nicht so schlimm mir steht als erstes um das spiel spaß und dann gucken wir mal es gibt neue story quests die wollte ich mal angehen lassen da werde ich heute starten entweder springe ich dort ab oder dort schauen wir gleich mal und es gibt glaube ich auch neue wöchentliche quests genau die kamen alle gestern ja die dass wir uns doch nach und nach machen und leute gehen wir rein starten wir die erste runde das ist keine zeit verlieren und gucken was wir so erreichen können so so No competition with it yeah, I get it. Even with that upset kiss me stopping now I get it. Get a little money, get it, get it. Biggest boss, biggest, biggest boss, biggest, get a little money, get it, get a little money, get it. Yo, yo. So, Lobby haben wir gefunden. Können wir jetzt gleich markieren, wo wir ... Oh Gott, beides nebeneinander. An der Linie auch fast. Wo gehen wir hin? Ich glaube, dann gehen wir mal dorthin. Cause I get it, ain't no competition with it. Yeah, I get it. Hm. Hm. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Zu beiden hin. Huh? Habe ich jetzt mit ihr gesprochen? Wie nicht. Komisch. Ähm. Ja, doch hab ich. Alles klar. Da. Hier ist ein Auto. Oh. 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 Oh oh. 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 Uh oh. immer auch mit ja Oh, oh, oh. Wir haben den König gestürzt. Und zweitens? Nein. Ich habe Megalodon beobachtet und mir gefällt das ganz und gar nicht. Mir egal. Hol deinen Freund. Okay. So. Wo muss ich jetzt hin? Für Gegner schaden zu werden, tu ihm Fahrzeug. Team Boost benutzt. Ja. Hier jetzt. Okay. So. Das war's für heute. 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 Oh, fuck you. Das war's für heute. Oh, jonge... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Füge Gegner Schaden zu wenn du das Boost benutzt. Hm. Hm. Ah. Wie ist er? Hm. Hm. Keine Ahnung was damit meinen hier. Füge Gegner Schaden zu wenn du in Fahrzeugen den Boost benutzt. Hm. Wahrscheinlich Ram oder so. Keine Ahnung. Hm. Nee. Obwohl. Ahnung. Ich hab mich gefinnen. Ich weiß nicht. Um immer wieder zu. Oh. Also, ich habe mich gefinnen. Es sind ja auch noch 8 Gegner. Das ist ja auch noch nicht. Hm, alle verstecken sich jetzt und fahren mit den Autos herum. Okay, da ist schon mal... Okay, da ist schon mal eine Schmerz. Okay, da ist schon mal ein Schmerz. Okay, da ist schon mal die Schmerz. Was ist das? 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 Ja, dann auf in die zweite Runde. Mal gucken auf die Zeit. könnte knapp werden mit der zweiten runde aber wir probieren wir haben wirklich nichts angefangen ja 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 auch ein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Yo Oh So Um mal Leute umzufahren Um mal Leute umzufahren Um mal Leute umzufahren Okay. Okay. Hmm. Kommst du zum Umfahren nicht, ey? Boah. Hmm. Hmm. Oh, ja. Hmm. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ich habe eine Waffe. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, das ist gut. Was ist das? 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 Was ist das?